»Diese Unordnung, diese Unordnung«, murmelte das Kerlchen. »Nun muß ich wieder von vorn anfangen, alles austarieren, alles justieren, alles regulieren.« Er grabschte die umherirrenden Kristalle mit seinen dünnen Fingern aus den Reigen der übrigen heraus, setzte dann beide wieder mit großer Sorgfalt an ihre vorbestimmte Stelle und gab ihnen einen leichten Stoß, der sie in ihre ruhige Kreisbewegung einschwingen ließ. Lauscha hatte diese seltsamen Verrichtungen mit Verwunderung beobachtet und dabei an der gegenüberliegenden Wand eine zweite, kreisrunde Öffnung entdeckt, durch die man die Höhle nach der anderen Seite verlassen konnte. Eine Zeit lang wagte er das geschäftige, hin- und herhüpfende Kerlchen nicht zu stören, aber als es unter ständigem Murmeln immer weiter an seinem Spielzeug bastelte, kam er zu der Erkenntnis, dass er hier ewig warten konnte, bis dieses spinnenbeinige Wesen sich einmal eine Ruhepause gönnte. »Entschuldige, wenn ich dich in deinem Spiel störe«, sagte er deshalb, »willst du mir gestatten, dass ich durch deine Höhle gehe? Ich muss noch weiter in die Tiefe steigen.« Das Kerlchen fuhr herum, als sei es von einer Schlange gebissen worden. »Spiel«, keift es, »stören!« »Die ganze Welt wird aus den Fugen gehen, wenn du noch ein Wort sagst!« »Weißt du denn, welche Mühse alles bedeutet, die Welt in Gang zu halten?« »Spiel«, nennst du das, »es ist kein läppisches Spiel, die Bewegung der Sterne zu überwachen, die Ausgewogenheit der kreisenden Himmelskörper, das Zusammenstimmen ihrer Bahnen.« »Ordnung«, sag ich, »Ordnung, muß sein!« Dann kicherte es triumphierend und fuhr fort. »Ich aber bin der Direx. Ich habe die Macht, Ordnung zu schaffen und zu erhalten. Ich allein kann das alles regulieren. Wage es nicht, mich dabei zu stören.« »Noch ein Verrückter«, dachte Lauscher und wollte durch den Eingang treten, um den Raum auch ohne Erlaubnis zu durchqueren. Aber da prallte er gegen eine unsichtbare Wand, die ihm den Eintritt verwehrte. »Hast dir wohl gedacht, du brauchst dich nicht, um den Direx zu kümmern?« kicherte das Gärtchen. »Wunderst dich wohl! Siehst du jetzt, dass der Direx die Macht hat, Kräfte zu gebrauchen, die man nicht wahrnehmen kann?« Dann wendete es sich wieder den kreisenden Kristalln zu und murmelte. »Ordnung schaffen, Ordnung schaffen, dass sich alles nach meinem Willen bewegt! Oh weh! Jetzt gerät schon wieder das System aus den Fugen!« Sein dürrer Arm fuhr hinein, mitten zwischen die schwebenden Kristalle. Doch auch diesmal konnte der Direx die Unordnung, die sich anbeahnte, nicht aufhalten. Gleich mehrere der Kristalle stießen mit feinem Klingen in unterschiedlichen Tonhöhen zusammen, und das hörte sich an wie eine zarte, gläserne Musik. Lauscher fragte sich, ob auch dieses Wesen für den Klang seiner Flöte zugänglich sein würde. Er holte sie hervor, und während immer mehr der Kristalle aufeinanderprallten und aus ihrer Bahn geworfen wurden, nahm er die Folge ihrer nachschwingenden Töne auf und formte sie zu einer Melodie. »Soll das ein Abbild der Welt sein, diese starre, gläserne Ordnung?« fragte er sich. »Dieses ewige Umeinanderkreisen in den immer gleichen Bahnen, aus denen man nie zu neuen, unvorhergesehenen Bewegungen ausbrechen konnte, war das Leben?« Das konnte nicht sein. Leben war wie eine Blume, die wächst, ihre Blätter entfaltet, aufblüht und Frucht trägt, und als ihm dies in den Sinn kam, erinnerte er sich der Musik, die er in jener Nacht gehört hatte, als sein Großvater starb, jener in allen Farben blühenden Tonketten, aus deren weitausschwingenden Bögen immer Neues hervorbrach und sich in den Zusammenhang des Ganzen einfügte, ohne seine Eigenart aufzugeben. Und er spielte dieses Lied, wie er es in seiner Vorstellung wiederfand. Und dennoch wurde es neu und anders, denn ein solches Lied ist nicht wiederholbar. Während diese Musik die Höhle mit ihrem Klang füllte, ordneten sich die Kristalle zu neuen Mustern, wichen von ihren vorbestimmten Bahnen ab und schienen dabei frei durch den Raum zu schweifen. Und doch störte keins die Bewegung des Anderen, bis jedes von ihnen von einer eigenen, sich ständig wandelnden Kraft vorangetrieben zu werden schien, ohne dass der Zusammenhang des Ganzen verloren ging. Ein lebendiges Muster von unvergleichbarer Schönheit, dessen Figuren sich veränderten und das immer neue Formen aus sich heraus gebar. Der Direx hüpfte immer aufgeregter um das blinkende Gebilde herum und zeterte. »Lass dieses dumme Geflöte, du bringst meine Ordnung durcheinander. Siehst du nicht, wie meine Sterne nach allen Seiten ausbrechen? Gleich wird alles hintereinander zusammenstürzen. Ach, diese Unordnung, diese Unordnung, das ist der Weltuntergang!« Er versuchte einzugreifen und zu retten, was seiner Meinung nach gerettet werden mußte. Aber die Kristalle ließen sich nicht greifen und fügten auch noch die hastigen Bewegungen der dürren Spinnenfinger in ihre eigenen Bewegungen ein, ohne dass dies den Zusammenhang des Ganzen in irgendeiner Weise beeinträchtigte. Schließlich begriff das Kärtchen, dass sich hier alles ohne sein Zutun regelte und stand eine Weile staunend und sprachlos unter dem blitzenden Geflimmer. »Ich begreife das nicht«, murmelte es dann. »Alles fliegt durcheinander und doch hat es eine Ordnung, deren Regeln ich nicht kenne. So viele Gesetze habe ich mir ausgedacht, aber nun haben sie keine Geltung mehr. Das geht über meinen Verstand.« »Wie machst du das, Flöter?« »Das mußt du mir zeigen. Laß mich dein Schüler sein, denn du bist der wahrhaft große Meister, der es versteht, die Welt in Gang zu halten. Komm herein, komm herein, sei willkommen und lehre mich deine Weisheit.« Lauscher wurde nun von keiner unsichtbaren Kraft mehr zurückgehalten, als er in die Höhle eintrat und bewundernd vor den umherschwebenden Kristallen stehen blieb. Es war schön, aus der Nähe zuzuschauen, wie sie auf ihren Bahnen dahin glitten und stets neue, überraschende Figuren bildeten, wie die Variationen zu einem Lied. »Du mußt spielen«, sagte das Kerlchen, das jetzt mit devoten Verbeugungen um ihn herumsprang. »Spiele auf deiner Flöte, ehe alles wieder aus dem Gleichgewicht gerät.« »Jetzt bist du der Meister, der die Welt nach seinem Willen lenkt.« Für einen Augenblick schien es Lauscher, als sei dies wirklich das gesamte Universum, das schimmernd vor ihm im Dunkel des Raumes schwebte. Und es überkam ihn die Lust, diese Macht weiter zu genießen, die ihm seine Flöte verlieh, und sich selber ein Schauspiel zu bereiten, dem nichts auf der Welt gleichkam. Denn es war die ganze Welt selbst, die er durch seine Macht zum Schwingen brachte. Er würde es besser machen als dieser Direx, der ihn mit fahrigen Armbewegungen zu diesem Geschäft drängte. »Blacke hier«, murmelte der spinnige Zwerg, »wenn du dich erst mal in den Tanz der Sterne verloren hast, wirst du nie wieder etwas anderes tun wollen.« »Etwas anderes tun?« Das war's, was er gewollt hatte, als er in diesen Raum eingetreten war. »Etwas anderes tun, statt sich dem Zwang dieses Spielwerks zu unterwerfen.« Jetzt begriff Lauscher, worauf er sich beinahe eingelassen hatte, und sagte, »Dieses Spielzeug überlasse ich dir. Ich suche etwas anderes, und das liegt noch tiefer in diesem Berg verborgen.« Er sprang durch den anderen Ausgang der Höhle und schritt rasch weiter, solange er im schwindenden Licht der Kristalle noch den zerklüfteten Boden des Ganges erkennen konnte. Und hinter sich hörte er den Direx jammern. »Ach, da geraten Sie schon wieder in Unordnung, meine Sterne, und ich kenne die Regel nicht, nach der Sie dieser Flöte hat kreisen lassen. Wie soll ich nun die Ordnung schaffen? Wie nur?« Dann erstarb das Gemurmel, und Lauscher war wieder allein in der Finsternis. Während Lauscher sich langsam an der von merkwürdig glatten, runzelnüberzogenen Wand des Ganges weitertastete, spürte er Feuchtigkeit unter den Fingern, und auch auf dem unebenen Boden standen hier und da Wasserlachen, in die er unvermutet hineintappte. Ständig tropfte es von der Decke, und seitwärts hörte er das Glucksen von Bächen, die durch ausgewaschene Felsspalten herabrannen und in der Tiefe verschwanden. Dann senkte sich der Weg, und das Wasser stieg. Bis zum Bauch reichte ihm bald die Flut, die sich aus immer mehr Zuflüssen speiste. Unter seinen Fingern spürte er die glatte Oberfläche von hängenden Tropfsteinen, die bis zum Wasserspiegel herunterreichten, und ihm ein weiteres Vordringen verwehrten. Doch er brach sich einen Weg frei und gelangte völlig durchnäßt zu einer Stelle, an der dieser Gang an einer steil aufsteigenden Felswand sein Ende zu haben schien. An den Seiten war nirgends ein Durchschlupf zu entdecken, und so machte er sich daran, diese von eisglattem Sinter überzogene Wand zu ersteigen. Ein paar Mal rutschte er ab und plumpste zurück ins Wasser, aber endlich gelang es ihm, höher hinaufzuklettern, bis er eine Kante erreichte, über der es weiter voranzugehen schien. Als er den Kopf über diese Felsbarriere hob, sah er grünliche Spiegelungen von Licht über die schimmernde Höhlendecke geistern. Und nachdem er noch ein Stück vorangekrochen war, blickte er hinab zu einem weiten, unterirdischen See, der wie ein riesiger, grünleuchtender Edelstein den Raum einer Höhle ausfüllte, von deren Dach zahllose Tropfsteingebilder herabhängen. Riesige, sich nach unten verjüngende Zapfen und sanft gewählte Vorhänge, die aussahen, als hätten sie im Wind geflattert, ehe sie zu milchigem Stein erstarrt waren. Das smaragdende Licht schien aus der Tiefe des Sees heraufzudringen und verdunkelte sich nach den Rändern zu immer satteren Nuancen von Grün bis zur Farbe von fast schwarzem Tourmalin. Während er noch oben auf den Felsen lag und dieses Wunder bestaunte, rauschte das Wasser auf, und drei grünhaarige Wasserfrauen tauchten aus der Tiefe. Sie glitten wie Delfine durch die aufschäumende Flut. Glatte Brüste schimmerten auf, weichgerundete Hüften. Und während die Wasserfrauen im Spiel einander umschwammen, begannen sie ein wortloses Lied zu singen, das von den Wänden der Höhle in vielfachem Widerhalt zurückgeworfen wurde und dessen lockende, süße Melodie in dem Lauscher die Sehnsucht weckte, mit diesem Wasserwesen dort unten durch das sprühende Wasser zu tauchen und ihre feuchte Haut zu berühren. Doch er hatte noch nicht vergessen, was er hier suchte, und so richtete er sich auf und rief, »Hört mich, ihr schönen Wasserfrauen! Könnt ihr mir sagen, wo ich hier einen goldenen Ring von der Gestalt eines Falken und eine Kette dazu finden kann? Kennt ihr den Schmuck?« Da lachten die drei, dass es von den Wänden wiederhallte, und eine von ihnen sagte, »Den wirst du nie finden, denn er liegt so tief auf dem Grund des Sees, dass du schon ertrunken sein würdest, ehe du auch nur die halbe Strecke hinabgetaucht wärst, du armseliges Menschlein!« Und dann wollten sich die drei wieder ausschütten vor Gelächter. »Könnt ihr sie mir nicht heraufholen?« fragte Lauscher und kletterte ein Stück tiefer. »Wie kämen wir dazu?« sagten die drei Wasserfrauen. »Was dieser See behütet, bleibt für die Hände gieriger Menschen unerreichbar.« Und dann begannen die drei wieder zu singen und kümmerten sich nicht mehr um den ungebetenen Zuhörer. Ihr Gesang brachte Lauscher auf den Gedanken, dass ihm vielleicht auch hier seine Flöte weiterhelfen könne. Er zog sie aus der Tasche, blies das Wasser heraus und fing an, den Gesang der Wasserfrauen mit Melodien zu umspielen, die sie seinen Bitten geneigter machen sollten. Doch je länger er sich dem Klang ihrer hohen, vogelhaften Stimmen hingab, desto stärker wuchs in ihm der Wunsch, im Reigen der grünhaarigen Nixen durch das maragdene Wasser zu gleiten, eines dieser geschmeidigen Wesen einzufangen und in den Armen zu halten. Und dieser Wunsch gewann auch Gewalt über sein Flötenspiel, bis die Wasserfrauen riefen, »Komm zu uns in den See, Flöter, bleib bei uns und spiel uns deine Musik!« 冬 Die